Wie viele Grad haben wir heute? Für heute liegt der Höchstwert bei 31 Grad, die Tiefstwerte bei 23. Spanns, Gruppen, wie das Ding ist, so ist nicht so. Ich wollte schon sagen, ich zeige euch von Julian das Beste vom Westen. Jetzt haben wir gerade paar Schale. Oder? Ja, es riecht gut.